Einleitung Die Angst vor dem Zahnarztbesuch ist F1 Viertel eher viele Menschen eine echte Herausforderung. Diese Angst, auch bekannt als Dentophobie oder Odontophobie, kann sich auf verschiedene Arten erweihern, von einem leichten Unwohlsein bis hin zu panischer Angst. In diesem Video werden wir uns mit der Psychologie hinter der Zahnarztangst befassen und effektive Strategien zur Bewahrertigung und Aoi-Überwindung dieser Angst besprechen. Die Ursachen der Zahnarztangst Die Zahnarztangst kann auf verschiedene Ursachen zu R1 Viertel Schufa 1 Viertel Renn sein. Eine der haufigsten Ursachen ist eine schlechte Erfahrung bei einem FRA1 Viertel Hirn Zahnarztbesuch. Wenn jemand negative Erfahrungen mit Schmerzen, unangenehmen Behandlungen oder unfreundlichem Personal gemacht hat, kann dies zu einer tiefen Verankerung der Angst vor dem Zahnarzt F1 Viertel Renn. Da R1 Viertel BER hinaus kann ihn auch andere Faktoren wie Kontrollverlust, das Gefahr ein Viertel Heil der Hilflosigkeit oder sogar Traumata aus der Kindheit die Zahnarztangst verstaken. Die Psychologie hinter der Zahnarztangst Die Psychologie der Zahnarztangst ist komplex und vielschichtig. Oftmals spielen angstliche Gedanken und negative Erwartungen eine grohe Rolle bei der Verstarkung der Angst. Menschen mit Zahnarztangst neigen dazu, Katastrophizing zu betreiben, das High-Eight, sie malen sich das schlimmst magliche Szenario aus und A1 Viertel BER bewerten die maglichen negativen Konsequenzen. Da R1 Viertel BER hinaus kann auch die Furcht vor dem Unbekannten eine grohe Rolle spielen. Viele Menschen haben Angst vor Schmerzen, Nadeln oder sogar dem Geruch von Desinfektionsmitteln, die mit einem Zahnarztbesuch in Verbindung gebracht werden. Strategien zur Bewahrertigung und A1 Überwindung der Zahnarztangst Klar 1 Viertel glicherweise gibt es eine Vielzahl von Strategien, die Menschen mit Zahnarztangst dabei helfen kann ihn, diese zu bewahrertigen und zu A1 Viertel berwinden. Eine der effektivsten Strategien ist die sogenannte Ablenkungstechnik. Dabei lenken sich Betroffene Vahrend des Zahnarztbesuchs bewusst von ihren A-Ängsten ab. Dies kann durch das Haren von Musik, das Fokussieren auf die Atmung oder sogar durch das Gespra-CH mit dem Zahnarzt A1 Viertel BER andere Themen geschehen. Eine weitere wirksame Strategie ist die Gewarnungstherapie. Dabei besuchen Betroffene den Zahnarzt regelma-eig, auch wenn keine akuten Beschwerden vorliegen. Durch diese regelma-eigen Besuche gewahrnehnen sie sich langsam an die Atmosphäre und die Behandlungen beim Zahnarzt und kann ihn so ihre Angst schrittweise verringern. Aua-Yerdem kann auch die sogenannte Entspannungstechnik hilfreich sein. Dabei lernen Betroffene, sich vor und Wachrend des Zahnarztbesuchs zu entspannen. Dies kann zum Beispiel durch progressive Muskelentspannung, Atema Einviertelbungen oder Meditation geschehen. Eine entspannte K-Aperhaltung und ein ruhiger Geist kann ihnen dabei helfen, die Angst zu reduzieren und den Zahnarztbesuch angenehmer zu gestalten. Zusammenfassung Die Zahnarztangst ist ein weit verbreitetes Problem, das viele Menschen betrifft. Die Ursachen dieser Angst sind vielveraltig und individuell verschieden. Durch das Werster im DNS der Psychologie hinter der Zahnarztangst und die Anwendung effektiver Strategien zur Bewahraltigung und Aua-Eberwindung dieser Angst kann ihnen Betroffene jedoch lernen, ihren Zahnarztbesuch entspannter und angstfreier zu gestalten. Mit der richtigen Herangehensweise und unterster Einviertelzungen kann ihnen Menschen mit Zahnarztangst lernen, ihre A-N-G-S-T zu A-Einviertel verwinden und eine positive Einstellung zum Zahnarztbesuch zu entwickeln. Die Zahnarzt Die Zahnarzt